Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands, diesmal wieder mit uns zwei. Hallöchen. Ja, Hallöchen. Und ja, der Robert hat schon den geilen Ding gemacht, hat sogar schon das erste gelöst von unserem Zeugs, unserer Mission, Barrikade. Und das ist ja okay. Ja. Aber das ist ja okay. Nichts Spannendes passiert. Ja, nur so ein kleines... Oh, da ist noch was. Da ist so ein kleines Tor in die Luft geflogen. Und es ist noch Muni, Muni habe ich alles voll. Trop, 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 trop. Nee, die kommen wir nicht rein, schade. Ja, das habt ihr auch schon mal probiert. Ja, komm, ein bisschen Munition hier, kann ich schaden. Ich habe Muni alles voll. Ich noch nicht. Ja, Alter, ohne Scheiß, nur weil du so eine schlanke Tussi hast, bist du ja so schnell. Ja, wie? Ich fetter für Soldaten, sie meine Muskeln hier alles noch mitschleppen. Und ich habe auch schon den Fehler gemacht, ich habe nämlich schon einen Skillpunkt bekommen. Ich bin Level 5 jetzt. Ja, nur eine kleine Hand. Und du. Jetzt reisen wir erstmal nach. Das ist gar gar nicht. So. Jetzt geht's los. Es ist nichts mehr drin. Ja, es ist alles leer gemacht, mit dem nichts abgegeben. Ich habe dann nur zwei Muni, ich habe die Extras übrig gelassen, da nur zwei Muni rausgenommen, da habe ich jetzt den nächsten. So. Zock, zack, 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 zack. Jetzt habe ich die Schock-Garmonie. die bringt ja natürlich recht wenig und da kommen sie nicht nächstens Gax na weil es nur welten Geld bin ich bin gespannt wie die großen alle die halt ja mehr aus wie die anderen ach was doch ich habe die alle vollen Bonnet gehabt jetzt nicht mehr ein One-Hit mit meiner Schöpfung ja komm Stirm lad noch schön nach Alter wie viele Scheiße weil die halt gar nichts los ein bisschen mehr wie die anderen ach so das ist Shotgun Munition so wohin Momentchen da hoch da zeigt mir irgendwo auf dem Geldsack hier in die Richtung das ist ein Schöpfchen oder zeigt mich durch man meint die Bromber machen die Gute Zeit ich glaube ich war schon schnell rennen aber mich hier mit dem Scheiß Stecks hier allein lassen so ich habe mich gesehen und zu schnell ein Moment hier nicht kommen und wenn du jetzt trocken tust ich sagst ihr hört ja voll deine Mutter ist voll na komm, na komm die bringe ich nicht die Dinge aufzumachen, die ist voll Shotgun Munition hab ich auch voll ich bin voll, okay wir haben noch Granaten, die müssen wir uns auch noch bedenken lol, wo? wo bist du? ich bin hier lol, ich konnte da gerade nicht durchlaufen hast du auch Granaten? äh, nee, irgendwie nicht die sind da, über deine Monierenzeige, hab ich da drei Granaten? nein, hab ich nicht okay die haben nach der Mission gekriegt von den Vorräten ja ja, ist ja nicht so wichtig oh, die hab ich nicht kommen sehen Alter, wie viele das war ein kleineres Feier ne, scheiß an das Kriegsgrad nicht hin Kohle, 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 Kohle kriegst du eigentlich auch die Kohle, wenn ich die aufzähl ja, ja das ist normal, bei Mauer oder Lenz so, da muss ich auch nicht rein, müssen wir hin, müssen wir hin so oh, das ist ja auch was scheiße oh, gehen wir zu tun wir müssen hier hin, hier irgendwo müssen wir sein, hin ja große Raute, schlägt mal ein bisschen nach da, hier müssen wir, hier ist die Barrikade äh, die Kanonengeschritte hier lol super, damit hab ich nicht gerechnet haha die schlechte wie meine, kannst du nehmen das, die, die Shotgun da hinten und die nehme ich mit und wo kann ich die auf I du gehst auf I und dann kannst du da bei Ausrüstung deiner Wechseln Ladyfinger, lol haha ein Cheap SMG probieren wir die doch mal aus, ne die ist aber echt, die ist echt schwach wobei ja, die ist schwach ok und jetzt Nice Toast töten Nice Toast, nein Toast 19, bis 19 also Granaten hab ich keine genau, ich werf mal eine ha ha ah, die ist scheiße wow, die ist jetzt ja voll abgegangen leck mir Marschel was also die muss, die muss erstmal wieder hier ums, umsetzen den Scheiß brauche ich nicht bei diesen Muni, ich weiß warum du keine hast, aber bei diesen Muni Automaten kannst du welche kaufen da musst du die auch herkaufen da hast du auch keine so und die Zweitwaffe nehmst du nicht deine Shot ja doch, ich hau die Shot rein so, Granaten hab ich noch keine alles klar come on come on come on ähm, wir müssen ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen da hin da hin wow ich dachte, ich hab mir einen Shot drin Scheiße nix kannst du keine Mutter hier durch ja ja schon boah, der erschreckt mich nicht so oh, Granaten oh, Granaten oh, da muss ich mir nichts hinstechen oh, da sind die Automaten hier kannst du Granaten kaufen hier kannst du Granaten kaufen ja, ich hab grad die erste geworfen Sniper rifle ich weiß nicht du kannst mir eine Leiterbunde irgendwie besorgen wenn das geht oh, hier gibt's neues Schild boah so, einer wär mal down das geht zum Medikip nehmen boah, ich glaub ich verreck gleich, ne geh zurück, geh zurück da kann doch nicht voll spät du ja, ich warte, ich nehm schon die Ampulle Alter, der hat ein Schild so geh mal kurz Mutli kaufen, kurz geschwenden noch ja, das könnte ich auch mal machen ja, das könnte ich auch mal machen ich hab's doch noch ein bisschen, aber das wäre so viel zu viel also, ich schalte mich richtig an, wie schnell du bist tja war überall die sind immer schnell weg, haha oh, ja was hab ich überhaupt für ne Waffe ich hab ne SMG und ne Shot die was ist denn das ähh ähh la 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 Machine-Gerden einer, die hat nur 6 Schaden ich traue mich nicht weiterzugehen, weil dann vielleicht vielleicht da von Viecher kommen Geld, Geld hast du bald ne wow Alter, kann ich das mal lassen hehehe ich vor 36 Sekunden Abklingzeit voll lang ah, warte ah, die Vision, da kauf ich jetzt aber doch mal oh, Juni, Juni ah, komm mal nochmal ja es gefällt mir irgendwie gar nicht, hier wo bist du? ja, ey boah, ich will noch Granaten kaufen, sorry ähm Granat, welcher Automat? Muni du trägst die maximale Zahl ja, alles so auf geht's let's go ich packe mir da mal ein Shuttle aus pu 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 pu, hier müssen wir rein ja, Moment jetzt noch Spinte ohhhh schön, alles Sachen öffnen Proße Munition hab ich voll, 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 voll ohne Scheiß jetzt haben wir beide Munitionen, kauft alles voll und jetzt kann man hier alles ja das weiß man nie ja nein, da hoch na, die kann ich drauf nehmen guck mal lieber mit, falls nicht ja, ähm da lang das sieht irgendwie leicht nach einer Art Arena aus mehr Gott, Allah ach du Scheiße guck mal dem seinen Nipplitz zu nehmen nein, Tömer ist also sie jetzt 3-Balls wow wow erst mal ein kleines Geschenkchen ja, klick da auch ein von mir ja, okay, so mega ist der jetzt auch nicht das bleibt das bleibt dauern, ey na scheiß, komm mal auch Viecher kleine Finger, Alter, ich, die vertragen die fuck it die vertragen die übel scheiße, ich bin gleich tot ich bin auch gleich tot scheiße das war's ich muss die Finger töten ähhh Alter, die vertragen ja eine mega Alter, ich bin gleich richtig am Sacken ja, wir sind gleich alle down, beide down oh, fuck it okay, haben wir wohl zu ah, da ist er ja wir suchen hier ja, wir müssen da einfach nur wieder davor laufen okay Muni nein, Muni haben wir ja warte, ich nehme mal ein paar Medikids mit paar Medikids für dich mal kaufen Boah, Alter, das du mir das immer erst sagst, wenn ich schon weg bin ich kaufe jetzt mal drei Stück jetzt wartest du aber auch wir müssen erstmal den Chibi kaputt machen weil der ist einfacher als die Viecher Alter, die Viecher, die hauen ja alle ich hab mit einer Shotgun draufgehauen die hat so gut wie nichts an Schaden gemacht ja, die Shotgun hat auch keinen Schaden, ey ja, besser auf einiges als die normalen Granaten nimm ich mit ja, ah ach so was, ich hab nur noch 400 irgendwas ich hab nur noch 553 Kronen ich hab nur 98 ey, ich hatte vorher 1000 ich brauch Geld ja, komm ach, du bist schon vor ich will den jetzt platt machen, ey ich komme ich will den jetzt platt machen, ey ich komme ja, ich meine SMG aus bist du ja, jetzt komm halt mal ich häng fest ach, der steht schon da, kann ich hoffen die Bruchbüscher ist ja, der hat ja gar kein Schaden dein Finger sind extrem fuck fuck das ist mega das ist mega